unser aktueller sparplan test ist online höchste zeit also für ein neues video damit ihr den durchblick habt wo es die besten angebote für euren etf sparplan gibt in diesem video erfahrt ihr welche broker es bis ganz nach oben geschafft haben mit welchen neuerungen sie punkten was sich in sachen kosten getan hat und 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 dazu ein hinweis dieses video spiegelt eine momentaufnahme wieder den allerneuesten stand zu den einzelnen brokern findet ihr immer in unseren etf sparplan test berichten auf justetf.com die auswahl an angeboten ist groß die feinheiten aber machen den unterschied wir klären euch auf damit ihr genau den etf sparplan findet der zu euch passt los geht's regelmäßig schauen wir uns die sparplan angebote der broker ganz genau an denn innerhalb kürzester zeit kann sich ganz schön viel ändern bestimmte etfs laufen in aktionen die dann wieder gestoppt werden die etf paletten werden aufgestockt oder reduziert und so weiter smart gewählt könnt ihr mit dem passenden angebot aus unserem sparplan test schnell mal mehrere hundert euro sparen wir haben die angebote der 15 wichtigsten online broker deutschlands miteinander verglichen und ihnen so richtig auf den zahn gefühlt einen ausführlichen testbericht zu jedem einzelnen broker könnt ihr auf justetf.com nachlesen und ab dem nächsten video ist dann auch just trade dabei denn bei diesem broker könnt ihr seit neuestem ebenfalls sparpläne abschließen die daten zu den brokern aktualisieren wir jeden monat nach besten wissen und gewissen wir bekommen sie direkt von den brokern können aber keine garantie dafür übernehmen ein kleiner hinweis wenn ihr für die depoteröffnung die affiliate links auf unserer website nutzt erhält justetf dafür eine kleine vergütung damit finanzieren wir unser kostenloses informationsangebot wenn euch unsere arbeit gefällt und ihr uns unterstützen wollt dann schließt gerne über uns ein depot ab vielen dank jetzt geht's ans eingemachte denn bei uns kommt alles auf den tisch diese sechs kriterien fließen in die bewertung ein erstens die gebühren für ein sparplan depot denn je geringer die kosten desto mehr bleibt am ende für euch übrig zweitens die mindest sparrate die angibt wie viel ihr mindestens in den etf sparplan einzahlen müsst drittens die sparplan kosten die definieren wie viel gebühren ihr pro ausführung eures etf sparplans zahlen müsst viertens die anzahl sparplan fähiger etfs die euch sagt wie viele etfs überhaupt sparplan fähig sind fünftens die anzahl der etfs die ihr kostenlos besparen könnt und sechstens die sparplan modalitäten also welche service leistungen der broker rund um etf sparpläne anbietet steigen wir gleich mal ein voraussetzung für die eröffnung eines etf sparplans ist ein wertpapierdepot bei einem online broker die gute nachricht keiner der von uns getesteten anbieter erhebt depot gebühren bei etf sparplänen nur manche broker verlangen dafür gewisse aktivitäten im depot zum beispiel dass ihr regelmäßig in den etf sparplan einzahlt beim thema mindest sparrate haben zwei broker die nase klar vorn während die anderen entweder 50 25 oder 10 euro sparrate erwarten könnt ihr bei der ing und bei scalable capital schon ab einem euro sparen früher galten 50 euro als normal wie ihr seht seid ihr mittlerweile aber schon mit viel geringeren beträgen dabei in der kategorie sparplankosten wird das ganze schon etwas komplizierter es gibt drei lager broker die nur kostenlose etf sparpläne im angebot haben jene mit fixkosten und solche mit variablen kosten wir reden hier von den standard gebühren bei vielen brokern könnt ihr etfs aber auch kostenlos besparen meistens im rahmen einer aktion während eines bestimmten zeitraums und zwar gekoppelt an einen oder mehrere etf anbieter aber eins nach dem anderen starten wir mit den kostenlosen modellen bei finanzen netzero flattex ing scalable capital und trade republic zahlt ihr grundsätzlich nichts für euren etf sparplan bei allen anderen brokern kommt es ganz oft den etf an den ihr euch zum sparen ausgesucht habt wenn ihr große sparraten habt eignen sich feste preise wie bei der dkb der onvista bank und der postbank variable gebühren also ein gewisser prozentsatz der sparrate wie bei diesen brokern hier können dann für euch interessant sein wenn ihr mehrere etfs kombiniert miteinander besparen wollt minimal und maximal gebühren werden bei variablen modellen übrigens gerne benutzt sie begrenzen einerseits die kosten nach oben verringern andererseits aber den kostenvorteil bei kleinen sparraten was bedeutet das jetzt genau für die sparrate bei einem broker der kostenpflichtige sparpläne im gepäck hat fest steht so oder so fahrt ihr mit kostenlosen brokern am günstigsten beim rest entscheidet die höhe der sparrate darüber ob ihr euch für ein fixes oder ein variables gebühren modell entscheiden solltet habt ihr eher kleine sparraten fallen die gebührenunterschiede weniger ins gewicht variable gebühren sind aber tendenziell günstiger im vergleich zum günstigsten zahlt ihr für eine sparrate von 100 euro beim teuersten anbieter etwa das dreifache bei hohen sparraten können broker mit variablen gebühren schnell teuer werden die kluft zwischen dem günstigsten und dem teuersten anbieter ist groß für eine sparrate von 500 euro würdet ihr beim s broker im unterschied zur postbank ungefähr 14 mal mehr zahlen bei noch höheren sparraten fallen die preisunterschiede sogar noch größer aus genaue infos zu den kosten für alle sparraten könnt ihr auf just etf.com einsehen kommen wir nun zur anzahl der etfs die bei den einzelnen online brokern im sparplan verfügbar sind denn nicht jeden etf könnt ihr auch bei jedem broker besparen mit über 1850 sparplanfähigen etfs führt scalable capital die spitzengruppe an flattex und trade republic warten ebenfalls mit über 1000 sparplanfähigen etfs auf die dkb 1822 direkt kommen direkt ing konsorsbank s broker und smart broker haben zwischen 500 und 1000 sparpläne im angebot finanzen netzero hat sein sparplan angebot seit unserem letzten test fast verdoppelt und landet nur mit rund 450 etf sparplänen knapp dahinter die schlusslichter beim umfang unseres sparplan angebots bilden max blue postbank und vista bank und targo bank mit jeweils zwischen rund 100 und 300 etf sparplänen richtig spannend wird es aber erst wenn wir uns anschauen wie viele etfs es tatsächlich kostenlos im sparplan gibt scalable capital trumpft auch in dieser hinsicht auf denn alle rund 1850 etf sparpläne bei scalable sind grundsätzlich kostenfrei das ist in diesem umfang bisher einmalig flattex und trade republic bieten ebenfalls alle rund 1300 bzw 1200 verfügbaren etfs kostenfrei im sparplan an auch bei der ing und bei finanzen netzero sind grundsätzlich alle etf sparpläne kostenlos bei anderen brokern ist die auswahl an kostenfreien etfs auf eine auswahl an aktions etfs beschränkt welche genau könnt ihr euch in der etf suche auf just etf.com mit den filtern sparplanfähige etfs und nur aktions sparpläne anzeigen lassen bei on vista und targo bank findet ihr gar keine kostenlosen etfs übrigens es gibt auch sparpläne auf kryptowährungen beziehungsweise krypto etns mehr dazu erfahrt ihr in unserem artikel zum krypto angebot der broker der link dazu wird euch eingeblendet wenn ihr mit der maus in der rechten oberen ecke des videos über das kleine e fahrt neben den ganz offensichtlichen kriterien wie kosten und anzahl der sparplanfähigen etfs spielen bei der auswahl des richtigen brokers noch ein paar andere details rund um den service eine wichtige rolle in dieser kategorie liegen comdirect und konsorsbank schon lange ganz vorne aber auch in diesem bereich hat scalable capital sein angebot kräftig erweitert und gehört nun ebenfalls zu den tabellenführern andere junge broker beschränken sich hier meist noch auf das wesentliche ob ihr diese punkte in eurer entscheidung einbeziehen wollt ist euch überlassen die wichtigsten bedingungen in der übersicht es gibt zum beispiel unterschiede bei den sparintervallen alle broker bieten monatliches sparen an einige ermöglichen noch weitere intervalle wie zweimonatlich quartalsweise oder sogar halbjährlich bei den ausführungstagen sind zwei pro monat standard einer am monatsanfang und einer in der monatsmitte bei scalable capital habt ihr sogar die wahl zwischen neun ausführungstagen im monat bei finanzen net zero gibt es nur einen wenn das geld für die sparrate bequem von eurem giro konto abgebucht werden soll eignet sich der lastschrift einzug diese funktion gibt es aber nicht bei allen brokern in dem fall müsst ihr einen dauerauftrag auf das sogenannte verrechnungskonto eures sparplan depots einrichten ein weiteres nützliches tool ist die automatische wiederanlage die vor allem bei ausschüttenden etfs interessant ist damit werden die ausschüttungen direkt wieder investiert das geht allerdings nur bei der konsorsbank flattex ing und max blue wenn ihr thesaurierende etfs bespart ist das für euch nicht relevant eine automatische erhöhung also dynamisierung der sparrate gibt es bei comdirect konsorsbank ing postbank scalable capital und 18 22 direkt für uns ebenfalls ein wichtiger fakt ganz einfach über smartphone könnt ihr sparpläne bei finanzen netzero flattex ing max blue scalable capital trade republic und 18 22 direkt anlegen alle details dazu könnt ihr wie immer in den einzelnen testberichten auf unserer webseite nachlesen welchen einfluss haben jetzt alle diese kriterien auf die bewertungen der sparplan angebote hier kommen die testergebnisse auf einen blick wir konnten vier brokern die bestnote hervorragend für ihre erstklassigen sparplan angebote geben darunter sind sowohl die neobroker scalable capital und trade republic als auch die alten hasen flattex und ing diese vier haben in allen kategorien überzeugt und sich damit top bewertungen verdient mit sehr gut haben wir finanzen netzero smartbroker comdirect und konsorsbank bewertet postbank max blue die dkb 18 22 direkt und der s broker haben mit gut abgeschnitten die beiden letzten plätze teilen sich die on vista bank und die targo bank aber ihr wisst ja es tut sich viel am brokermarkt deswegen handelt es sich hier um einen momentanen ist zustand der sich jederzeit ändern kann besucht uns auf der website dort gibt es immer den neuesten stand zu allen angeboten wie ihr dort alles findet was ihr sucht erkläre ich euch jetzt von unserer startseite justetf.com gelangt ihr über den menüpunkt etf sparplan zum aktuellen etf sparplan test hier seht ihr alle etf sparplan angebote und die bewertungen der direktbanken in der übersicht mit einem klick auf die verschiedenen sparraten könnt ihr euch anzeigen lassen wie viel ihr pro sparplan ausführung beim jeweiligen broker für einen kostenpflichtigen etf zahlen müsstet klickt auf die sterne links um details zu den einzelnen bewertungen zu erhalten rechts findet ihr den button depot eröffnen darüber gelangt ihr direkt zum broker und könnt dort ein depot eröffnen wenn ihr diesen link nutzt zeigt ihr euren support für uns dafür schon mal lieben dank schauen wir uns mal den bericht von einem der testsieger an ganz oben lest ihr eine kleine einführung zum broker wann er gegründet wurde welche bank dahinter steht und so weiter hier informieren wir euch auch über die gebührenmodelle und mögliche aktionen in jeder kategorie haben wir punkte von 0 bis 3 vergeben wie sich die punkte zusammensetzen verlinkt wir euch unten in der beschreibung am ende ziehen wir ein fazit zum etf sparplan angebot unten in der tabelle könnte die konditionen aktions rabatte den sparplan umfang und die modalitäten des etf sparplan angebots im detail mit einer konkurrierenden direktbank vergleichen dafür einfach die gewünschte direktbank für den vergleich auswählen ganz am schluss könnt ihr nachvollziehen wie sich das sparplan angebot über anlageklassen und etf anbieter verteilt wenn ihr auf die anzahl der sparplan etf klickt landet ihr in unserer etf suche jetzt seid ihr dran euch hat das video gefallen und ihr wollt mehr davon dann abonniert unseren kanal aktiviert die glocke und bleibt immer up to date ich sage tschau bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal